Seit über sieben Jahren halten wir hunderte von Menschen in Guantanamo fest. Wir räumen jetzt das auf, was ganz einfach ein großes Schlamassel ist. Ich habe entschieden, das Gefängnislager innerhalb eines Jahres zu schließen. Der Präsident hat sein Versprechen nicht gehalten. Zwei Jahre später ist Guantanamo immer noch in Betrieb. Ist das Trauma, Guantanamo mit der Schließung des Internierungslagers aus der Welt zu schaffen? Und können die Menschen, die einst dort gefangen waren, wirklich ihre Freiheit wiederfinden? Ich fühle mich nicht einsam, da bin ich einsam auf jeden Fall. Welcher Mensch soll denn schon verstehen können, wenn ich von Guantanamo erzähle, wie es gewesen ist? Das kann kein Mensch nachvollziehen. Die Flagge wehte vor Camp Delta im kubanischen Guantanamo Bay, wo die Gefangenen untergebracht sind. Zu ehren all der Soldaten und Zivilisten, die für den globalen Krieg gegen den Terror ihr Leben gaben und all derer, die weiterhin für Freiheit und Demokratie in der Welt kämpfen. Daran hänge ich sehr, da ich meinem Land sehr gern gedehnt habe. Es ist schmerzhaft und macht mich traurig, dass es Leute gibt, die meinen Dienst für unehrenhaft halten. Wenn man meinen Namen in Google eingibt, erscheint oft der Begriff Folter, weil mein Name in vielen Büchern zu diesem Thema auftaucht. Das Folterteam, der Weg zur Folter, der Pfad zur Folter und so weiter. Die Leute halten mich für die Folterfrau schlechthin. Die Leute denken, ich muss die Folterfrau sein. Die Leute halten mich für die Folterfrau. Sie hatten viele Gründe, mich zu hassen. Es gibt keine einfache Lösung. Guantanamo hat vielen Leuten großen Kummer bereitet. GEREN Wir sind im Krieg. Es ist ein persönlicher Angriff, wenn ein Flugzeug ins Pentagon gestürzt wird, um dabei Menschen zu töten. Dass ich aus Pflichtbewusstsein gehandelt habe, mag kitschig klingen, aber ich wollte nicht in den Ruhestand gehen, ohne meine Dienste angeboten zu haben. Wo man mich einsetzen würde, war mir egal. Es ist beängstigend, dass es Menschen gibt, die unsere Lebensweise, unsere Kultur und unsere Werte zerstören wollen. Man begreift ihre Motive nicht und fragt sich, wie man diese Leute für sich gewinnen kann. Wie hält man einen Feind auf, den man nicht versteht? 2001 hat mein Leben geändert. Ich bin nach Pakistan gereist, damit ich in möglichst kurzer Zeit viel über den Islam lernen kann. Pakistan hatte mich sowieso schon immer interessiert. Ich war halt auch neugierig, ein anderes Land mal zu sehen. Dann habe ich festgestellt, dass das Krieg ausgebrochen ist in Afghanistan. US-Bombing-Raids continue around the clock attacking Taliban-Tanks and trenches north of the Pakistani border. Ihr habt mir wenigstens Großes bei vorgestellt. Ich muss auch dazu sagen, dass ich damals gerade mal 19 war und die ganze Welt nicht so ganz verstanden habe. Und ich war auch kein Typ, der sich mit Politik beschäftigt hatte. Ich war kurz vor der Rückreise nach Deutschland. Ich habe viele Geschenke eingekauft. Es war kurz vor Weihnachten. Da hielt die Polizei uns an, kam auf mich zu und haben mir einige Fragen gestellt. Ich habe denen meinen Reisepass vorgelegt. Da meinten sie halt, dass ich aussteigen sollte. Das war mein letzter Moment als freier Mensch. Ab dem Moment haben sie mich als Geisel halt festgehalten und irgendwann an die Armys verkauft. Plötzlich waren viele Blitzlichter dort. Das waren Leute, die Fotos geschossen haben. Ich war der 53. von mehreren Tausend. Die haben mich ganz komische Sachen gefragt, ob ich Ossamien dann gesehen hätte. Ich habe denen gesagt, natürlich habe ich ihn gesehen. Am Fernsehen. Wie jeder andere auch. Das hat sie aufgeregt. Da war mir eigentlich sofort klar, dass die nicht daran interessiert waren, wer ich bin oder ob ich wirklich unschuldig bin. Sondern sie wollten mich halt zu einem Terroristen machen. Ich sollte zustimmen, dass ich ein Mitglied der Al-Qaida und Taliban bin. Dass ich mit denen zusammengekämpft hätte. Ich wusste ehrlich gesagt nicht mehr, was Al-Qaida ist damals. Ich bin kein Terrorist und somit werde ich das auch nicht unterschreiben. So haben sie mich von den Handschellen aus an der Decke hochgezogen. Sie haben eine Kette drum gemacht und mich an die Kette hochgezogen. So dass ich komplett, ich ging halt komplett mit dem ganzen Körper über den Boden. Da hing schon jemand vor mir. Ich konnte sehen, dass er total blau angelaufen war. Er war schon längst tot und er hing da nur noch. Und der Verhörer fragte mich halt, ob ich es jetzt unterschreibe oder nicht. Und wenn ich nein gesagt habe, hat er nur einfach Handzeichen gegeben. Und somit haben die mich wieder hochgezogen. Ich weiß, dass es fünf Tage gewesen sind, dass ich da an den Ketten hing. Fast jeden Tag und jede Nacht habe ich gespürt, wie er dort behandelt wird. Ich habe da ihm sofort, sofort gespürt, sofort gemerkt, ob er bestraft wird oder ob ihm gut geht. Man hat solche Mamasgefühle, kann ich so sagen, ja. Drei Tage lang habe ich geweint und geweint. Ich habe gesagt, das geht nicht, immer weinen und weinen. Weinen bringt nur weinen. Also ich komme ja nicht vorwärts, habe ich gesagt, ich muss was unternehmen. Dann bin ich zu Kripo gegangen. Die Mutter erklärte, dass Morat Kornatz in seinem Glauben radikaler geworden sei. Es ging ja zunächst mal um die Klärung der Frage, ob es tatsächlich ein Ansinnen von Morat Kornatz war, gegen die Amerikaner die Waffe in die Hand zu nehmen. Und es war eine große Hektik in allen Sicherheitsbereichen. Zumal als bekannt wurde, dass die Attentäter zum großen Teil ja in Hamburg, Stichwort Hamburger Zelle, die Vorplanungen für dieses Attentat durchgeführt hatten. Wir haben dann alle unsere Antennen ausgefahren. Und dann kam dieser Hinweis, ja, der wollte schon immer kämpfen. Er hätte sich einen Kampfanzug und Kampfstiefel gekauft. Ja, fast exklusive Erkenntnisse. In erster Linie genährt wurden durch Aussagen der Mutter. Er soll erklärt haben, dass er die Anschläge in den Vereinigten Staaten gut heiße. Um wen handelt es sich bei Morat Kornatz? Was ist Morat Kornatz für ein Mensch? Es war mit einmal der Taliban aus Bremen. Diesen Begriff, der ging ja nicht mehr weg. Das war der Taliban aus Bremen. Und alle machten, oh ja, das haben wir nun auch hier. Erst die Hamburger, jetzt haben wir das hier auch noch. So viele Medien haben sich hier in der Schlange gestellt, hier vor meine Haustür. Manche haben mich so manipuliert. Morat neben eine Handgranate hingestellt. Bremer Taliban und Terrorist genannt. Ich konnte niemanden sprechen. Ich wollte auch nicht meine Kinder verletzen dabei. Ich konnte meine Gefühle niemanden aussprechen. Das ging das nicht. Ich hatte immer wieder gesehen, dass Gruppen wegtransportiert wurden. Sie waren dann nie wieder zu sehen. Bevor sie mir die Augen zugebunden haben, haben sie gesagt, wir bringen dich irgendwo hin, wo wir dich erschießen werden. Es war eine seltsame Situation. Ganze Flugzeugladungen von Häftlingen aus aller Welt kamen an. Einige hatten noch Gefechtsverletzungen. Es war eine große Herausforderung. Egal, ob diese Leute Leibwächter von Osama Bin Laden waren oder was auch immer. Sie hatten möglicherweise wichtige Informationen für uns. Ich war bei Hunderten, vielleicht sogar bei Tausend Verhören dabei. Es ist ein Psychospiel, bei dem man versucht, auf unterschiedlichste Art an Informationen zu kommen. Es geht darum, sich das Ego des Häftlings und seine Liebe zu seiner Familie und Heimat zunutze zu machen. Es gibt zwei Dinge, die funktionieren. Die Trennung von den Freunden und Schlafentzug. Auf diese Weise ist der Gefangene immer mehr auf seinen Verhörer angewiesen und wird dann hoffentlich irgendwann so gefügig, dass er die Informationen rausgibt, die man haben will. Nachdem ich angekommen bin, wusste ich nicht, wo ich bin. Es war nur ziemlich heiß. Sie machten mir irgendwann die Augen auf. Mit dem Bus brachten sie mich in einen kleinen Käfig. Wie so ein Hunderkäfig halt, nur kleiner. Da waren auch keine Toiletten, kein Garnichts drin. Sie haben die Lichter 24 Stunden lang angelassen. Die Generatoren liefen. Es war extrem laut. So, dass ich eigentlich nie richtig geschlafen habe. Es war, als ob ich eher in Ohnmacht fahren würde vor Müdigkeit. In meinen ersten Verhören, da haben sie mich auch nach dem Namen Mohamed Atta gefragt. Das ist der Typ, der einen dieser Flugzeugen in die Türme gejagt hat. Da meinten sie, das ist ja dein Freund aus Hamburg. Du wohnst ja nicht weit weg von Hamburg. So, ich habe doch wahrscheinlich zusammen denselben Fitnessstudio besucht, meinte er. Wenn dem eine Antwort nicht gefiel, da haben sie mich sofort umgelegt in eine Isolationshaft. Ich habe ein ganzes Jahr insgesamt allein entverbracht. Wenn man lange für sich allein gestellt ist, dann wird einem auch klar, wie viele Sachen man im Leben viel schöner machen konnte. Und man bereut es, dass man es nicht getan hat. Man kann sich schon fast an jeden einzelnen Menschen erinnern, gegenüber dem man sich schlecht benommen hat oder ihm das Herz gebrochen hat. Als Kind wollte ich unbedingt reich werden, damit ich schnelle Autos fahren kann. Ich habe oft und gerne getrunken und war dadurch auch schnell gewalttätig. Ich habe auch Drogen zu mir genommen. Ja, so habe ich mal gelebt. Auf der Suche nach Antworten habe ich mich mit dem Koran beschäftigt. Und entschieden, ein religiöses Leben zu führen. Ich war bei einem, vielleicht auch mehreren seiner Verhöre dabei. Wir haben ihn mit ein paar üblen Typen in Verbindung gebracht und ihn für sehr gefährlich gehalten. Er war kein unschuldiger Typ. Diese Geschichte von wegen, zur falschen Zeit am falschen Ort, ich war aus religiösen Gründen da, tut mir leid, das zieht nicht. Er war nicht kooperativ und hat sich nicht an die Regeln gehalten. Für die Militärpolizei war er ein schwieriger Fall. Es war eine sehr schwere Zeit. Viele waren überzeugt, dass es einen weiteren Angriff auf Amerika geben würde. Und jeder hat getan, was er konnte, um die US-Bürger zu schützen. Ich wollte irgendwie meinen Beitrag zum Krieg gegen den Terror leisten. Ich wusste, entweder melde ich mich freiwillig für Guantanamo oder sie schicken mich nach Afghanistan. Und das wollte ich nicht. Ich wollte schließlich lebend zu meiner Familie zurückkehren. Außerdem war Guantanamo karrierefördernd. Am Krieg gegen den Terror teilzunehmen, es macht sich gut in der Personalakte. Und du bekommst Orden, Beförderungen und Gehaltserhöhungen. Am 11. September wurden viele Menschen umgebracht. Ich wollte, dass jemand dafür zur Rechenschaft gezogen wird. Wie konnten sie es wagen, uns in unserem eigenen Land anzugreifen? Wir hatten auf jeden Fall Häftlinge dabei, die was wussten und die Informationen einfach nicht rausgaben. Weil wir die gängigen Methoden alle ausprobiert hatten, brauchten wir jetzt was Neues. In Afghanistan waren viel schlimmere Methoden üblich. Zum Beispiel wurden Personen stundenlang an Handschellen aufgehängt. Wenn jemand über lange Zeit an den Armen aufgehängt wird, kann das zu Organversagen und schließlich zum Tod führen. Sowas kann man einfach nicht machen. Für uns in Guantanamo war das unprofessionell. Aber welche Möglichkeiten hatten wir? Wir haben uns zusammengesetzt, um Ideen zu sammeln und zu überlegen, welche Methoden es gibt. Wir brauchten neue, aggressive Techniken. Jedem war klar, dass offensichtliche Methoden wie Fingerabschneiden, Elektroschocks, Todesdrohungen und so etwas verboten sind. Aber wir fragten uns, was war also erlaubt. Wenn man zum Beispiel hingeht und sagt, wir nehmen eine ungeladene Pistole, die wir dem Häftling an den Kopf halten. Nein, das wäre illegal. Wie wäre es mit einem speziell konstruierten Stuhl, in den wir den Häftling setzen? Aber was für ein Spezialstuhl soll das genau sein? Wie sieht es mit Stresspositionen aus? Wenn Sie in einer unbequemen Haltung gebeugt sitzen müssen und nicht aufstehen dürfen, bis ich es sage? Es gibt schon ein paar Grauzonen. Ich wurde um rechtlichen Rat gebeten und habe mein Bestes getan, um herauszufinden, welche Gesetze jeweils geltend sind. Aber es war nicht gerade mein Spezialgebiet. Ich habe herumgefragt und um Hilfe gebeten, aber keine Antworten bekommen. Es war klar, dass sich damit keiner die Finger schmutzig machen wollte. Nach der ganzen Recherche mussten wir irgendwann für Fakten sorgen. Also haben wir vier Tage und Nächte lang ein Memorandum verfasst, es überarbeitet und die rechtlichen Grundlagen geprüft, bis wir dann mit dem Ergebnis zufrieden waren. Im Oktober 2002 kommt Diane Biver in ihrem geheimen Gutachten zu dem Ergebnis, dass die verschärften Verhörmethoden weder gegen amerikanisches noch internationales Recht verstoßen. Zehn Tage später genehmigt Verteidigungsminister Rumsfeld 18 von 22 Methoden, darunter Stresspositionen, erzwungenes Entkleiden oder das Ausnutzen individueller Phobien wie Angst vor Hunden. Extreme Methoden wie Todesdrohungen oder das sogenannte Waterboarding wurden von Rumsfeld nicht genehmigt. Jetzt hatten wir das entscheidende Papier in der Hand. Eine Richtlinie, die von ganz oben aus dem Verteidigungsministerium kam. Also konnten wir mit den Verhören weitermachen. Es wurde einfach alles schlimmer. Ich wurde manchmal über 24 Stunden lang verhört. Da sagten sie, dass Sergio Pilgin, ein sehr guter Freund von mir, ein Selbstmordattentäter wäre. Sie sagen, dass Sie nicht wissen, dass Selçuk Pilgin war eine Terroristin oder in eine Suicide Bombe. Wenn ich weiß, Sergio Pilgin, er war nicht eine Terroristin oder jemand. Er war ein sehr gut mit mir zusammen. Aber ich habe nie gesehen, dass er mit Bomben experimentiert oder mit ihnen gesprochen hat. Ich weiß, dass er nicht ein Terroristin oder vielleicht ein Terroristin oder ein Terroristin ist. Hat er eigentlich mit Pakistan gehen mit Ihnen? Er war in den Flugzeugen in Frankfurt. Der deutsche Polizistin, der hat den Computer checkt. Er hat ihn in eine andere Runde. Das war die letzte Zeit, wenn ich mich in den Flugzeug begleitet habe. Ich weiß nicht, ob wir wissen, ob das Freund, was er ein Suicide Bomber, oder nicht? Ja, er war ein Suicide Bomber. Oh, okay. Ja, er ist in der Klasse-Portion. Okay. Ich habe nur nicht sicher. Ich habe nur nicht sicher. Einfach unglaublich. Was sollte das? Hier ging es doch nicht darum, Informationen zu erhalten. Das ist natürlich sadistisch und hat nicht im Entferntesten mit einem professionellen Vorgehen zu tun. Es war furchtbar. Der Ruf der Armee wird auf lange Zeit ruiniert sein. Von so etwas erholt man sich nicht so leicht. Es war Zeit für mich aufzuhören. Ich hatte in meinem Job erreicht, was ich konnte. Ich wollte ein Haus und einen Hund und mich nicht mehr ständig darum sorgen müssen, wo ich als nächstes eingesetzt werde und was meine Aufgabe sein würde. Deshalb habe ich mich zur Ruhe gesetzt. Nach den peinlichen Vorfällen im Abu Ghraib-Gefängnis gab es auch ein größeres öffentliches Interesse an Guantanamo. Meine Aufgabe dort war es, zu verhindern, dass es kein zweites Abu Ghraib geben würde. Ich sah es als meine Pflicht an, die Rechtsstaatlichkeit zu sichern und dafür zu sorgen, dass das Kriegsrecht in Guantanamo eingehalten wurde. Ich sollte Vorwürfen über Misshandlungen nachgehen, die es schon von Anfang an gegeben hatte. Egal, um welchen Konflikt es sich handelt, wir müssen Gefangene human behandeln. Aber das, was ich hier sah, stand nicht in Einklang mit den Kriegsrechten. Der Name Diane Beaver ist aufgetaucht, weil sie das ursprüngliche Gutachten zu diesen erweiterten Verhörmethoden geschrieben hatte. Einer der Vernehmungsbeamten hatte die Legitimität dieser Techniken hinterfragt und ich habe ihn dann auf das Gutachten verwiesen. Die Gefangenen, die hier landeten, waren auf keinen Fall die schlimmsten Verbrecher. Nicht jeder war zu Recht hier. Manche waren einfach zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen und gegen Kopfgeld an die USA verkauft worden. Einer davon war Murat Kurnas. Es ist mein Job, das Gesetz einzuhalten und dafür zu sorgen, dass alle in der Befehlskette das auch tun. Also, auf rein beruflicher Ebene muss ich natürlich meine Pflicht erfüllen. Aber ich bin eben auch ein Mensch und es macht mir keinen Spaß, Menschen leiden zu sehen. Je länger ich darüber nachdachte, desto klarer wurde mir, dass meine Einschätzung der Situation weder in der Befehlskette nach oben wandern, noch nach außen dringen würde. Ich dachte, meine Arbeit hier ist im Grunde nutzlos. Egal, was ich den Kommandeuren rate, es stößt nur auf taube Uhren. Und in dem Moment habe ich entschieden, etwas zu tun. Ich wusste, dass ich es auf keinen Fall über offizielle Kanäle tun konnte, sondern dass es eine Geheimaktion sein musste. Da haben die Amerikaner mich über Sachen gefragt, was ich in Deutschland getan habe. Und zwar über Dinge und Telefonnummern ausgefragt, die kein anderer außer hier in Deutschland gewusst hat. So war ich von überzeugt, dass die Amis mit der deutschen Polizei in Kontakt gewesen sind. Man macht sich ja in der Verdachtsfallbearbeitung dann so Schaubilder, wo man sagt, wer kennt wen und wo sind die Verknüpfungspunkte. Die Eurocheck-Karte, mit der die Flugkarten für Murat Kornatz hier in Bremen bezahlt worden waren, ist am 9.9.2001 schon mal aufgetaucht, und zwar in Hamburg. An einem Bankautomaten, unweit der Al-Quds-Moschee, in dem die Attentäter verkehrten. Die Karte war eine Besonderheit. Das war ein Umstand, der uns auch aufmerken ließ. Es war ein Unbehagen bei allen, die sich damit beschäftigten, da muss er irgendwas, muss er da dran sein. Und dann kommt man oft natürlich dazu, aha, der war da auch mal, und der war gleichzeitig da, und da hat man eine Telefonnummer gefunden. Und dann wirkt das auf den ersten Blick logisch. Das ging jahrelang so weiter, dass ich dann mal wieder verhört worden bin. So habe ich gesagt, ich mache das nicht mehr. Wenn ihr es noch mal hören möchtet, dann spult einfach die Bänder zurück, die ihr habt, und hört es euch einfach noch mal an. Da hat sich nichts geändert. Die haben mich dafür bestraft, die haben mich dafür hungern lassen, die haben mir kein Wasser gegeben, die haben alles mehr versucht, aber ich habe kein einziges Wort mehr gesagt. In a blow to the US government, the Supreme Court ruled today that the prisoners at Guantanamo have the right to legally challenge their detention in US courts. What we want is an immediate cessation of conditions that are cruel and human or degrading or that constitute torture. Barbara Olshansky, a human rights lawyer involved in obtaining the landmark ruling, is now demanding the release of all detainee names so that they can have their day in court. The government has so far refused to release the names. What's that 20? Do we know how many we have? Are you sure? Will you tell us? Not today. While it seems like a perfectly reasonable request that, gee, why don't you just give us all the names, it may not be. That is what I ask of you today. Barbara Olshansky. Von Barbara Olshansky hatte ich vor Guantanamo noch nie gehört. You have the power to restore the moral underpinnings of our democracy. You must use it. Please. That's what I ask of you. It was like a wake-up call. I mean, it was like a wake-up call. It was like a wake-up call. I mean, it was like a wake-up call. It was like a�... It was like a wake-up call. I'm going to turn. It was like a wake-up call. I was like a wake-up call. Sie durchsuchen die Taschen. Wenn sie dann so etwas wie eine Namensliste finden, wird man angeklagt. Ich wusste, dass sie mich damit nicht von der Insel lassen würden. Ich musste also einen Weg finden, sie rauszuschmuggeln. Dann kam ich darauf, die Liste verkleinert auszudrucken. Ich bekam sie so klein, dass ich sie in einer Karte verstecken und abschicken konnte. Ich dachte mir, selbst wenn der Umschlag ein bisschen dicker wird, würden sie im Militärpostamt denken, es sind Fotos oder sowas drin. Das war nicht so ungewöhnlich. Es war Januar. Der nächste Feiertag war Valentinstag. So kam es dann zu dieser Karte mit diesem glubschäugigen Chihuahua. Eine Weile war ich nicht sicher, ob ich es durchziehen würde und ich habe einige schlaflose Nächte verbracht. Ich würde meine Zukunft aufs Spiel setzen und auch die meiner Frau und meiner Tochter. Doch wir waren nur drei im Vergleich zu den über 550, die ich sonst zurücklassen würde, ohne große Chancen auf eine Gerichtsverhandlung. Ich habe die Liste genommen und sie in die Karte gesteckt, bin zur Post gefahren und habe sie in den Briefkasten geworfen. Ich hatte das Gefühl, endlich das Richtige getan zu haben und nicht mehr auf der falschen Seite zu stehen. Die Nachrichten habe ich dann erstmal nicht verfolgt, sondern einfach den Dingen ihren Lauf gelassen. Lieutenant Commander Diaz hatte kein Recht, das zu tun. Er ist ganz unten in der Hierarchie und denkt, er weiß es besser. Ich meine, er sitzt da in Guantanamo Bay und eben nicht im Weißen Haus in den internen Meetings mit Leuten aus dem Außen, Justiz- oder Verteidigungsministerium und führenden Anwälten. Und er meint zu wissen, was für die ganze Regierung am besten ist? Was für eine Selbstüberschätzung. Oh, schönes Feierchen. Also als Nachtisch gibt es Erdbeerkuchen und Eistorte vom Muttertag. Ich stoße an auf die pensionierte Lieutenant Colonel Diane Beaver, eine großartige Freundin und gute Tochter, die ihrem Land ausgezeichnet gedient hat. Vielen Dank für deinen Einsatz. Ein erfülltes Leben. Ein erfülltes Leben. Was hast du da unten eigentlich gemacht? Es gibt so einige Situationen, wo sich die Jungs und Mädels da unten in Schwierigkeiten bringen. Wir hatten zum Beispiel einen verheirateten Lieutenant Colonel, der sich bei einer Prostituierten was eingefangen und es dann an seine Geliebte in Guantanamo weitergegeben hat. Und seiner Frau wollte der Typ weismachen, dass er es von den Gefangenen beim Händewaschen bekommen hat. Die Frau rief dann bei uns an und wollte wissen, ob das möglich sei. Wer sind Sie? Die Frau von wem? Medizinisch sind die bestens versorgt. Besser als in ihrem eigenen Land. Wenn so viele Menschen auf engstem Raum leben, sind Präventivmaßnahmen wie Grippeimpfung, Darmspiegelung und so weiter einfach ein Muss. Die sind besser versorgt als so mancher Amerikaner hier. Ja, in den Gefängnissen hier haben die es bestimmt nicht so gut. Ja, schmeckt gut. Was? Jetzt ist gut. Er will Aufmerksamkeit. Die letzten fünf Jahre hat sie so einiges durchgemacht. Da verhört man Leute, die unsere Lebensweise zerstören wollen und die gerade Flugzeuge in unsere Gebäude geflogen haben. Und weil sie anfangen, laut herumzuschreien oder Koranverse aufzusagen, knebelt man sie. Ist das Folter? Das ist eine komplizierte Frage und keiner wollte sich damit beschäftigen. Diane hat ihren Job gemacht, weil sie ihr Land liebt. Ihre Vorgesetzten dagegen übernahmen keine Verantwortung, aus Angst, dass später etwas gegen sie verwendet werden könnte. Und genau das ist ihr dann passiert. Sie musste die Sache am Ende ausbaden. Nach monatelanger Kritik wegen der Misshandlungsvorwürfe in Abu Ghraib und Guantanamo sah sich die US-Regierung gezwungen, den Schaden einzudämmen. Auf einer perfekt inszenierten Pressekonferenz wollte man der Welt zeigen, dass die Missbrauchsfälle in Abu Ghraib und die aggressiven Verhörmethoden in Guantanamo das Werk von Einzelpersonen waren und nichts mit der offiziellen US-Politik zu tun hatten. Um das zu beweisen, veröffentlichte die Regierung ein geheimes Gutachten, das lediglich eine Unterschrift trug. Natürlich bot sich mein Memorandum an, um jemand anderem die Schuld in die Schuhe zu schieben. Es hatte mir nichts ausgemacht, das Dokument aufzusetzen. Für mich gehörte das zu meinem Job. Die ranghohen Anwälte dagegen haben nie etwas in Schriftform verfasst, also waren die wohl clever und ich war die Dumme. Ich habe nie an irgendwelche politischen Folgen gedacht, nur daran, meine Vorgesetzten zu unterstützen. Und als Dank kam ich dann auf die Titelseiten, wurde ins Kreuzfeuer der Kritik gestellt und erschien in jedem Buch über Folter. Es ist ein schreckliches Gefühl, dass ich meinen Kopf für die ganze Regierung hinhalten muss. Ich habe die Zeit für die Regierung. Colonel Beaver, lass mich beginnen mit Ihnen. Sie erwartet, dass Ihre Meinung nicht die, die aufzüglichen wird? Nein, Herr. In fact, eine der Reaktionen... Nein, Herr. Oh, sorry. Meine Frage war, Sie waren... Ich bin sorry. Sie wurden überraschend, dass Ihre Meinung, die aufzüglichen wird? Sie erwartet, dass Sie aufzüglichen? Schocken. Ich habe nie ein Telefon, ich habe nie ein E-Mail, ich habe nie etwas, ich habe nie etwas gefragt, wie, bist du ein Lunatik? Was warst du? Oder, du sagst, eine große Meinung? Oder, ich habe nichts bekommen. Sie kommen in diesem Fall als, zu haben diese Techniken benutzt. Und es sagt, unter Categorien 2, dass Sie die Fobie der Fobie, wie die Angst vorzüglichen. Jetzt, ich versuche, wie ein Beaver, wie die Veränderung von Kleinen und die Angst vorzüglichen, die nicht in den Menschen schuldigte. Und, by the way, die Hütte ist in da, auch. Die Menschen schuldigte, dass sie schuldigte. Das hätte niemals passieren. Ich meine, das ist einfach nicht professionell. Das bedeutet, dass... Aber es hat sich passiert. Es hat sich nicht passiert, ma'am. Nun, die Schuldigte wurden mit den Menschen schuldigte. Do Sie wunderschöten, dass es passiert? Wenn ein Investigator gefunden hat, dass es passiert, ich bin nicht zufrieden, ich sage, ich war nicht bewusst, dass es bei der Zeit nicht zu wissen. Also, wenn Sie gesagt, das nicht passiert, in Guantanamo Bay, Sie sind nicht richtig. Was ich sprach, war, ich habe nichts zufrieden. Ich schrieb eine legalne Opinion. Also, was der Kommandantin verabschiedet, würde es in eine Art zu verhindern, es zu verhindern, es zu benutzen, abusivlich. Du fühlst, dass du ein bisschen verabschiedst warst? Ich verstehe, bei der Zeit, ich verabschiedst warst. Leutnant Colonel Beaver, ich verstehe, ich verstehe besser, als ich in der Zeit verstehe, die Rolle, die du in der Zeit spielst. Und, bottom line, niemand hat dich geschrieben, das Memo, das war dein eigenes Produkt, correct? Es wäre nicht notwendig, für mich einfach zu sagen, keine legalne Opinion, oder keine Kommentare, und so... Aber es gab keine Druck, für dich zu erreichen, die konkurrenzieren? Nein, es gab keine Druck. Es war generiert, bei mir und meinem staff. Danke. Du denkst, es ist ein accident, dass die Techniken, die wir über die Götterbeinigung in Guantanamo Bay, entdeckten, zu Irak? Die Techniken nicht verletzten, sie wurden verletzten humanisch, in der Lage, das ist warum ich glaube, dass es keine Verletzungen der Götterbeinigung gibt, obwohl es andere glauben können. Die Techniken wurden verletzten in Bagram, Afghanistan, das passiert in December. Es lag eine völlige Stille über Madrid, so wie ich es noch nie erlebt hatte. Ich wurde wenige Stunden nach dem Anschlag gebeten, den Fall zu übernehmen. Wir wollten Gerechtigkeit für die Opfer und wir wollten diejenigen verurteilen, die das getan hatten. Das war eindeutig ein Werk von Al-Qaida. Es war das wichtigste Verfahren, das es in Spanien je gegeben hat. Die Angeklagten behaupten, sie werden triumphieren, weil wir Angst vor dem Tod haben und sie nicht. Da irren sie sich. Wir lieben das Leben und sie sind der Tod. Am Ende siegt die Gerechtigkeit. Ich saß ihnen fünf Monate lang gegenüber in zwei Metern Entfernung. Als ich sie ins Kreuzverhör nahm, machte ich ihnen klar, worauf ich hinaus wollte. 30 Jahre, das ist bei uns die Höchststrafe. Du bekommst 30 Jahre von mir. Sie nannten mich den kleinen fetten Bastard von der Ecke. Erst im Laufe dieses Prozesses habe ich begriffen, was in Guantanamo eigentlich los war. Davor hatte ich es nur im Fernsehen gesehen und gedacht, okay, da werden Leute in ein neues Gefängnis gebracht. Es betraf mich nicht weiter. Aber als ich mehr darüber erfuhr, dachte ich plötzlich, Moment mal, diese Leute, die möglicherweise in die Madrider Anschläge verwickelt waren, können wir gar nicht verhören. Die US-Behörden machen uns den Fall kaputt, weil sie diese Personen nach Guantanamo verschleppt und gefoltert haben. Ich habe Ermittlungen angestellt und den Fall dem Gericht vorgelegt und die haben gesagt, ja, das ist eine strafbare Handlung. Präsident Obama was asked about the Spanish investigation and accusations surrounding torture tactics that were used at Guantanamo Bay. I have not had direct conversations with the Spanish government about these issues. My team has been in communications with them. Developments in Spain put the President in a very real bind. Gonzalo Boyer, the prosecutor on the case, has Spanish law on his side. It allows him to seek arrest warrants for US officials accused of violating international law. Those indicted could face arrest when traveling abroad. Wir gehen gegen jeden vor, der in Guantanamo involviert war. Von ganz oben bis ganz unten. Besonders gegen die amerikanischen Anwälte, denn sie haben das alles erst ermöglicht. Die Anwälte übernehmen eine Hauptrolle in dieser kriminellen Verschwörung. Also, weiter. Wir müssen Bivas Rolle untersuchen. Obwohl sie an Verhören beteiligt war, ist sie auf Distanz, hinter der Glasscheibe geblieben. Das stellt ein Problem dar. Das bereitet mir Kopfzerbrechen. Sie waren den Foltermethoden beteiligt. Aber man kann sie nicht allein verantwortlich machen. Nein, aber diese Frau ist wichtig. Das müssen wir im Auge behalten. Diane Biva war ein Werkzeug. Und wenn man sein Werkzeug nicht mehr braucht, wirft man es weg. Und das ist mit ihr passiert. Sie sollte sich stellen und uns sagen, was sie weiß. Na los, Samson. Komm her. Samson. Ist das schön, Samson? So ist es gut. Ich habe von dem Prozess der Spanier gehört. Ganz egal, was man ihnen erzählt, sie sind davon überzeugt, dass in Guantanamo gefoltert wurde. Folter hat dort nie stattgefunden, egal wie man den Begriff auslegen möchte. Meine Freunde, Verwandte und alle, die mich kennen, wissen, dass ich Folter an Häftlingen oder gesetzeswidriges Vorgehen niemals befürworten würde. Uns ging es allein darum, unser Land, unsere Bürger zu schützen. Und es ist so enttäuschend, dass unsere Arbeit von manchen als schlecht oder böse abgetan wird. bad oder wrong oder evil. Ich dachte wirklich, dass die Menschen in der Außenwelt nichts von Guantanamo wissen, dass es Gefangene dort gibt. Sie sagen, du wirst hier für immer bleiben und wirst nie wieder nach Hause gehen. Sie nutzen das aus, um mich psychisch zu brechen. Es gab Situationen, wo ich richtig fertig war. Ich kann meinen Sohn nicht da dort sterben lassen. Ich müsste ihm irgendwie helfen. Washington 2004, auch Rabi Kornas hat einen langen Kampf hinter sich. Zusammen mit dem Bremer Anwalt Bernhard Docker hat sie immer wieder auf das Schicksal ihres Sohnes hingewiesen, auf den Rechtsbrochen. Als eine Hausfrau, ich habe Angst gehabt, so viele vor die Kamera zu stellen. Ich rede lieber gar nicht. Und die Vanessa Redgrave haben mich umarmt. Die haben gesagt, keine Angst, wir sind bei dir. Das ist ja eine Menschlichkeit, was die damit die Gefangenen machen. Er hat mir auch ein bisschen Hoffnung gegeben dabei. Dann stand ich fast freiwillig vor Kamera. So sind wir weitergekommen. Ja, aber ein deutscher Außenminister wollte ihn nicht reinlassen. Die haben für ihn nichts eingesetzt. Nur weil er Ausländer ist. Ach, wie soll ich sagen. Ich wusste ganz genau, dass die mir nicht helfen würden. Und wenn der dann nicht die deutsche Staatsangehörigkeit hat, ist es natürlich leicht zu sagen, ja, aber wir wollen ihn hier nicht mehr haben. Das wollte man halten, diese Linie. Und über die hat sich dann die Bundeskanzlerin hinweggesetzt und gesagt, ich mache dieser ganzen Geschichte ein Ende und bringe den Jungen zurück. Und dann kam er dann hier an, eines Tages mit dem Flugzeug. Meine Familie wartete auf mich. Die erste war meine Mutter. Sie hat mich umarmt und gar nicht mehr losgelassen. Sie hat auch geweint. Ich gehe mal davon raus, dass sie vor Freude gemeint hat. Er ist einfach unbeschreiblich schön. Das kann man nicht in Worten fassen. Ich bin in Freudehaft gewesen und jetzt bin ich wieder frei. Er kam zurück. Natürlich mit langen Bart und nicht noch so lange. Er konnte kaum richtig laufen, gerade laufen. Er hat nur gehumpelt. Ich wusste ganz genau, dass er in die Kette gelegen hat. Aber seine Augen fliegen immer so hin und hier. Er hat so einen komischen Blick. So schöne blaue Augen. Er hat sich verdunkelt. Wie er fast weiß, schwarze Augen hat er Farbe gekriegt. Er hat sich geältert, kann ich so sagen. Er ist älter geworden. Er hat seine ganze Jugend dabei verloren. Er ist immer so nervös. Ich habe ihm gesagt, geh immer zu Psychologen. Er müsste solche Schwierigkeiten mit jemandem teilen. Er will eigenes Kopf. Er will von jemandem nichts hören. Er ist so stolz. Ja, das ist Murat. Der ist so, ja. Es ist eigentlich alles gleich geblieben, nur dass ich einige Erfahrungen habe, was ich nicht mit meiner Familie bespreche, weil sie das nicht hören möchten. Pakistan gereist ist, um von dort aus an der Seite der Taliban in Afghanistan gegen die USA zu kämpfen. Kurnas Flugticket wurde von einem Mann bezahlt, der Kontakt zu den Taliban in Afghanistan unterhielt. Und seinem Begleiter, der am Flughafen Frankfurt festgenommen wurde, wird hohe Gewaltbereiter verfolgen. Kurnas ist schon vor dem Anschlag auf das World Trade Center indoktriniert worden zur Kampfbereitschaft bis hin zum Dschihad, dem Heiligen Krieg. Radio Kurnas glaubt, der unheilvolle Einfluss von Murats neuen arabischen Freunden hat den Jungen vom rechten Pfad abgebracht. Ja, an mir hat er nicht viel erzählt, aber da hat jemand sein Gehirn gewaschen. Ich weiß sehr gut darüber Bescheid, dass meine Mutter einige Sachen der Medien erzählt hat, was die Amerikaner auch als Beweisstück gegen mich benutzt haben. Auch Sachen einfach so in die Welt gesetzt hat, was nicht stimmt, weil sie der Meinung war, dass ich dadurch schneller nach Hause kommen könnte. Damit hat sie natürlich mich in Schwierigkeit gebracht. Einmal habe ich ihn beschuldigt. Ist das meine Fehler, Murat, dass du weg warst oder was? Er hat gesagt, ja, war dein Fehler. Er hat das gesagt, ja. Aber ich wollte, als Mutter wollte ich ihn ja nur freikriegen. Er hat das gesagt, ja. Ich bin wirklich, ich bin wirklich. Ich bin, ich bin ich für mich. Ist das eben nicht soksam, wie ich... Ach so, wie man den Gäste gehört hat, ist das was ich noch nicht soksam. Ich habe die Verantwortung, meine Schriftgeist nicht zu dem. mercado, ich bin mir nicht mehr so schön. Ich bin, aber es ist mir nicht zu tun, aber ich keine Probleme habe. Also wenn du das was du stehst, wie du selbst in einer Alter, hauptsächlich ist, dass du bezückeln. Ich bin, ich bin... Ich bin, ich bin bin, ich bin, ich bin. Ich sage, ob ich für mich, dass ich mit mir, glaube ich, das wäre zugreif. Aber wenn ich das meinen Urlaub Kurnaz-Distann sagen, wenn man vor Gott dem Gelteltstern, dieuer Menschen in der Handeln begrenzeln. Ich habe jetzt noch eine Frage gestellt. Also kann man sagen, dass ich mir eigentlich besser erg entscheiden kann, wenn du mein Baruch vom Tierverkaufgabe ist, ... Ein ganzes Jahr, nachdem ich Guantanamo verlassen hatte, wurde meinem befehlshabenden Offizier gemeldet, dass ich im Fokus einer Ermittlung stand. Mir war sofort klar, das konnte nur die Liste sein, die ich verschickt hatte. Beim Verhör haben sie Abdrücke von meinen Fingern und Handballen genommen, um sie mit den Spuren zu vergleichen, die auf den Dokumenten von Barbara Olszewski waren. Außerdem wollten sie Handschrift proben von mir. Ich musste 20 Mal die Absenderadresse von Guantanamo und den Namen Barbara Olszewski aufschreiben. Ich wusste, dass nun eine Reihe schwerwiegender Konsequenzen auf mich zukommen würde. Würde ich verklagt werden, käme ich vor das Kriegsgericht. Und das hätte auch Folgen für meine Frau und meine Tochter. Was er versucht, hier zu sagen, ist er, dass er eine legale Entdeckung hat, dass es schade, um diese Materialien zu klasse. Er konnte seine Juden für die Juden der relevanten Autorität, Das Gericht war nur an der Regierungsversion der Geschehnisse interessiert. Meinem Verteidiger wurde es verweigert, irgendwelche Beweise vorzulegen. Und ich durfte nicht meine wahren Motive darlegen, warum ich das getan habe. Der Richter hat es einfach nicht erlaubt. Das Gericht verurteilte mich zu sechs Monaten Gefängnis. Als ich von der Dienstentlassung hörte, wurde mir klar, dass damit auch die Rente weg war, und zwar für immer. Also bekam ich kein Geld mehr. Nach der Verurteilung wurde ich sofort abgeführt und eingesperrt und durfte meine Familie nicht mehr sehen. Als ich im Gefängnis ankam, haben sie mir dann einen Hüftgurt, Ketten und Handschellen angelegt. Man wird von 5 Uhr morgens bis 10 Uhr abends wachgehalten. Wenn man versucht, wach zu bleiben und dabei den ganzen Tag die Wand anstarrt, dann nehmen die abblätternden Farbschichten irgendwann Formen an. Man fängt an zu halluzinieren. Ich musste mich vollkommen nackt ausziehen, sodass sie mich untersuchen konnten. Und damit haben sie sich gut Zeit gelassen. Das ist Teil der gezielten Demütigung. Mit Guantanamo haben die das Rad ja nicht neu erfunden. Sie haben die Praktiken angewendet, die in anderen Gefängnissen auch üblich waren. Barbara Olshansky sagte als Zeugin der Regierung gegen Matthew Diaz aus. Sie hatte seine Namensliste an das FBI weitergeben lassen. Olshansky hatte das Ganze für einen schlechten Scherz gehalten. Was er dort erlebt hat und gelitten hat, möchte ich nichts wissen. Ich frage nur, Schatz, wie geht es dir? Und ich umarme ihn und das reicht mir auch. ... ... ... ... Wenn ihr noch nicht, was du bist? Ja, ich bin ich an. slipping im Nachmittentrum. Kein der Zeit, ich bin im Nachmittentrum. Ich bin im Nachmittentrum. Du bist dort dran. Herr 경찰, ich bin nicht, ich bin ich bin. Ich bin ich bin so lang. Das ist jetzt weg und ist es ich, ich bin ich dort, Ich bin ein Frieden, um meine Kollegen zu leben. Ich bin von der Karte, ich bin von der Karte. Warum ist sie in Madrid? Warum? Hier ist ein Advokat. Da, wo er sich. Ich bin ein Wolle. Ihr seid, ihr seht. Ich bin ein Mahkeme, die ich ein bisschen. Ich bin ein Advokat. Ich bin ein Advokat. Ich bin ein Wolle. Wir haben ein Treffen mit Murat Kurnas. Er hat ein Buch geschrieben, das leider nicht in einer zivilisierten Sprache verfasst ist, die man verstehen kann, aber... Beeindruckend. Was ist beeindruckend? Das Foto von seiner Rückkehr. Wisst ihr, wie alt er da war? 25. 25 Jahre und total am Ende, oder? Ja. Nein, leg es weg. Es geht mir zu nahe. Jedes Mal, wenn ich so einen Bericht lese oder ein Folteropfer vernehme, erinnert mich das daran, was ich selbst erlebt habe. Ich erinnere mich, was mit mir passiert hat. Ich habe mich verurteilt. Dafür habe ich sieben Jahre, elf Monate und drei Tage im Gefängnis gesessen. Damals war Folter bei der spanischen Polizei noch eine gängige Praxis. Ich dachte, man schneidet mir mit dem Messer in den Rücken. Aber in Wirklichkeit gaben sie mir Elektroschocks. Dieses Gefühl, mit einem scharfen Messer geschnitten zu werden, das werde ich einfach nie vergessen. Wer jemals unter Folter gelitten hat, wird das nie vergessen. Das ist unmöglich. Aber man kann es überwinden. Und das muss man auch. Wenn man das nicht schafft, wird man wertlos. Für die Gesellschaft, für seine Familie und für sich selbst. Vieles, was mir passiert ist, dass das von Rechtsanwälten bestimmt wurde. Davon wusste ich gar nichts. Solche Art von Rechtsanwälten sind Verbrecher, die auch zur Rechenschaft gezogen werden müssen und auch verurteilt werden müssen. Für eine Entschuldigung ist es sowieso zu spät. Entschuldigung, nehme ich nicht an. Jetzt fahren wir mal in die Hundeschule, hm? Ich war lange in einer Art Schockzustand, aber irgendwann muss ich Guantanamo ja hinter mir lassen. Ich bin noch zu jung, um in Rente zu gehen und will noch was mit meinem Leben anfangen. Wenn ich mein eigenes Unternehmen gründe, müsste es etwas sein, worin ich gut bin. Ey, du bist viel zu weit vorne, nach hinten mit dir. Komm schon, Samson. Du weißt genau, dass du hier nichts zu suchen hast. Es gab immer mehr Hundetagesstätten und ich dachte, bei all den Militäraufgaben, die ich schon bewältigt habe, kann das ja nicht so schwer sein. Hunde fressen, machen ihr Geschäft und schlafen und ich dachte, das kann ich wohl schaffen. Jetzt kommen wir zur Fellpflege. Das würden wir auf jeden Fall empfehlen, denn wenn sie draußen spielen, werden sie schon etwas dreckig. Sie werden gebadet und so? Ja, genau. Wenn sie ihn mal richtig herausputzen wollen, haben wir hier auch was für Golden Retriever. Fernsehen haben wir auch. Hier schalten sie den Tierkanal ein, damit die Hunde sich wohlfühlen. Sie können den Löwen beim Fressen zusehen. Das wird ihm sicher gefallen. Für Hundetagesstätten gibt es eine Richtlinie von etwa 400 Seiten, in der alles steht, was man so wissen muss. Und ich dachte, das ist ja wie für mich gemacht. Eine klare Struktur, davon verstehe ich was. Ich zeige Ihnen noch die Villen, unsere Luxus-Suiten, falls Sie Ihrem Hund etwas gönnen wollen. Davon gibt es nur zehn, die sind schnell ausgebucht. Als ich aus dem Gefängnis entlassen wurde, hat man mir alle Qualifikationen entzogen, die man als Anwalt braucht. Das heißt, ich durfte in keiner Funktion mehr praktizieren. Ohne Zulassung und mit einer Vorstrafe ist es schwer, Arbeitgeber zu finden, die einen nehmen. Für meine Kollegen war ich jemand, um den man besser einen großen Bogen macht. Im Grunde wurde ich zu einer Persona non grata. Das Haus wurde zwangsversteigert und das Auto beschlagnahmt. JC von der Navy Credit Union. Bitte rufen Sie uns umgehend zurück, es geht um Ihr Konto. Ich kriege jeden Tag Anrufe von Inkasso-Unternehmen. Ich gebe mein Bestes, die Rechnungen so weit zu bezahlen, wie es geht. Und bisher habe ich mich irgendwie über Wasser gehalten. Ich warte einfach ab. Ich weiß, dass meine Familie für mich da ist. Wenn es hart auf hart kommt, haben die ein Zimmer für mich. So weit könnte es kommen. Hallo, Liebes. Hallo, Dad. Was gibt's? Ich bin nicht gern allein zu Hause. Warum denn nicht? Naja. Warum? Weil es so leer ist. In jedem Zimmer Halt ist. Was ist mit den Hunden? Weiß nicht. Ich habe das Tierheim gestern angerufen. Und? Was sagen die? Dass sie die Hunde einschläfern würden. Aye, aye, aye. Hätte ich die Sache damals nicht gemacht, wäre ich nicht verurteilt worden und hätte meinen Job und meine Ersparnisse nicht verloren. Und Anna würde jetzt wahrscheinlich studieren. Die College-Gebühren, die ich für sie gespart hatte, haben die Prozesskosten gedeckt und mir danach über die Runden geholfen, soweit es ging. Das Ganze hatte einen Domino-Effekt. Irgendwann ist meine Ex-Frau mit ihrer Hypotheke in Verzug geraten und von da an ging es bergab, bis sie ihr Haus verloren hat. In einem Monat hat Anna vielleicht auch kein Zuhause mehr. Das ist der Mahnbescheid, der besagt, dass die Kreditraten nicht bezahlt wurden. Und sie das Haus beschlagnahmen wollen. Hier steht, dass ihr der Bank als Ausgleich 14.273 Dollar und 42 Cent zahlen müsstet. Wie sieht's mit dem College aus? Ich will hin, aber ich kann's nicht bezahlen. Und ein Studiendarlehen? Andere nehmen doch auch Kredite auf und machen Schulden. Nein, das will ich nicht. Früher konnte ich ihn einfach anrufen und sagen, hey Dad, ich brauche für dies und das 50 Dollar. Das kann ich jetzt nicht mehr. Ich würde ihm lieber Geld geben, als etwas von ihm anzunehmen. Er hat mir mal auf Facebook geschrieben, dass ich der Grund für ihn bin, weiterzuleben. Er ist einfach der Beste. Vielleicht heirate ich irgendwann mal einen Mann wie meinen Vater. Die Leute haben immer wieder Schlechtes über ihn gesagt, dass er ein Terrorist sei und die Regierung ihn hängen sollte. Der Staatsanwalt hat mir verboten, sie zu tragen, besonders auf der Parade am Gedenktag. Ist er nicht demnächst wieder? Damit sollte ich zur Parade gehen. Bin ja noch im Dienst. Passt noch, oder? Was ist mit der Mütze? Natürlich schäme ich mich dafür, sie so hängen zu lassen. Das ist die Kehrseite von dem, was ich getan habe. Die Kehrseite davon, dass ich meinem Gewissen gefolgt bin. Je nachdem, wie unser Gespräch verläuft, werde ich euch bitten müssen, den Raum zu verlassen. Denn es geht um sehr persönliche Angelegenheiten, die er in Anwesenheit von Frauen vielleicht nicht besprechen will. Ich weiß es nicht. Die meisten Folteropfer wollen nicht wahrhaben, was ihnen passiert ist. Das war gut, dich zu sehen. Er sagt, er kann Frauen wegen seines Glaubens nicht die Hand geben. Das Allerste ist, um dir zu erklären, warum wir das machen. Ich meine, was da passiert ist, soll nie wieder passieren. Wir möchten gerne, dass du auch vor dem Gericht gehst und eine Aussage machst. Wir arbeiten als Juristen hier auf dem Grund, dass alles, was in Guantanamo passiert hat, ist eine systematische Planung, um Leute zu foltern. Wo ich in Guantanamo angekommen bin, da war es schon komplett professionell. In Guantanamo war es professionell. Ja, da haben die Verhörer auch aufgepasst, dass sie nicht selber foltern, sondern haben foltern lassen. Hast du je diese Dokumente gesehen? Weißt du, wie dein Leben sich geändert hat durch diesen Dokument? Ähm, ehrlich gesagt, nicht. Alles, was du mir vorausgezählt hast, ist hier. Aha. Das ist kalt, auf Papier, schwarz-weiß. For instance, hier, removal of clothing. Du hast gesagt, dass ich dich nackt gelassen habe in deiner Zelle. Das war geplant auch. Ich werde dir Namen erwähnen. Du, for instance, zum Beispiel. Beaver. Beaver ist mehr bekannt. Diane Beaver. Diane Beaver. Sie ist die Schlüsselfigur für dein Leiden. Sie hat gesagt, dass das war korrekt durch das Gesetz in den USA. Und das ist falsch. Und die haben dich vielleicht nie gesehen auch. Aber die waren sehr wichtig, in was alles du gelitten hast. Von Ransfeld zu der Colonel Beaver. Unser Prozess wird sehr lange gedauert. Kann sein. Aber wir müssen da durchgehen. Bist du bereit für sowas? Ich bin auf jeden Fall berühmt. Ich hoffe es ganz stark, dass es auch dazu kommt, und zwar bald. Ich gehe mal zu den Abschnitten, die ich am schwierigsten finde. Das sind die Seiten, wo man die erwarteten Ergebnisse und tausend Zahlen eintragen soll. Ich finde, man sieht, dass du gut vorbereitet bist. Jetzt geht es darum, dass du den ersten Schritt wagst. Als Unternehmensgründerin musst du nach vorne blicken und die Vergangenheit hinter dir lassen. Ich wollte nicht über meine Zukunft nachdenken. Vielleicht hatte ich Angst davor, die falsche Entscheidung zu treffen, ohne ein festes Gefüge zu haben, das einen aufhängt. Wenn man bedenkt, dass sie ihr ganzes Leben ihrem Land gewidmet hat und so einen großen Nationalstolz empfindet, als ihr Bruder bricht es mir das Herz. Wir wünschen uns einfach für uns als Familie und für sie, dass sie endlich mit ihrem Leben weitermachen kann. Es ist schwer zu sagen, wann. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Diese Hexenjagd beim Militär. Wenn dich ein Typ Lesben nannte, kam der ungeschoren davon. Man selbst konnte mit niemandem reden, das war schon schwierig. Besonders, wenn du als Frau besser bist als die Männer, können sie dich leicht runtermachen, indem sie deine sexuelle Orientierung infrage stellen. Was soll man da machen? Dich ein Schild umhängen, auf dem steht, ich bin hetero, ich bin nicht homosexuell? Ich war sehr einsam beim Militär, weil ich Angst davor hatte, was andere über mich sagen könnten. Ich habe viel zu lange mein Leben davon abhängig gemacht. Ich habe eben nicht viele Männer kennengelernt. Oder vielleicht war ich auch nicht zum Heiraten gemacht. Also, ich weiß auch nicht. Es gibt bestimmt viele Gründe, aber irgendwann muss man da drüber stehen. Gott hat für jeden eine Bestimmung. Und bisher habe ich noch nicht den richtigen getroffen. Aber vielleicht kommt dieser Tag für mich ja noch. Es stört mich, aber ich kann es einfach nicht erklären. Könnt ihr euch vorstellen, wie sie hinter der Glasscheibe sitzt und dabei zuguckt, wie jemand gefoltert wird? Das mag komisch klingen, aber was haltet ihr davon, wenn wir sie zu unserem Vorteil nutzen, statt sie einfach nur anzuklagen? Als geschützte Zeugin? Wenn wir sie ausspielen können, warum nicht? Ich meine nicht, sie auszuspielen, aber sie wäre nützlicher, wenn sie unter Schutz aussagen könnte. Als Zeugin. Du willst sie in den Zeugenstand rufen? Aber da hätten wir ein Problem. Wenn wir sie als geschützte Zeugin vorladen und sie dann angeklagt wird, würden wir gegen die Prozessregeln verstoßen. Übrigens habe ich irgendwo gelesen, dass sie ein großer Spanien-Fan ist. Wir könnten sie hierher einladen. Hast du ein Gerichtsurteil gehabt? Ja, das war meine Hoffnung. Ich hatte eine Gerichtsverhandlung. Und das alles ging falsch. Alles ging verkehrt. Ich habe gesagt, das habe ich nicht gemacht. Ist egal. Ist egal, oder? Es war egal. Ja, es war egal. Weißt du, das ist so wie als du in Guantanamo warst. Es war egal, was du sagtest. Nichts hilft. Verstehst du, du sagst, ich war 16 Jahre alt, ich war noch an der Schule. Egal. Ist immer noch so, dass die Leute glauben, du hast damit zu tun gehabt? Ja, ja. Sobald die Leute meinen Namen hören, versuchen sie so schnell wie möglich von ihr wechseln. Jeder hat, wir sagen hier in Spanien, dass jeder hat ihr eigenes Buch um das Leben zu füllen. Aber wenn du so viele Jahre, wenn du so viel Stress gewesen wärst, am Ende des Tages, wir bezahlen einen Rechnung. Es ist sehr schwer, weil wir sind so viele Wurzeln. There are many things to heal. Ja, ja, ja. Alles klar. Wie kannst du vergessen diese fünf Jahre? Oh, qué bueno. Grazie, Dani. Frucht. Ja, grazie. Zum Wohl. Ja, also, ich stoße nicht an, aber... Aber du weißt, dass es stimmt. Bist du hier in der Stierkampfer gewesen? Nein. Das ist gut. Ja? Ja. Beide, der Bullen und der Stierkampfer. Gut, gut, gut. Hey! Ich bin jetzt hier in der Stierkampfer. Ich wünsche dir eine gute Reise. Ich danke dir für alles. Wir haben Zeit. Wir werden sie alle hinter Gitter bringen. Egal, ob in einem Jahr oder erst in 20 Jahren. Wir sind bereit, den Rest unseres Lebens dafür weiterzukämpfen. Kein Problem. Ich bleibe hier, bis Gerechtigkeit herrscht. Ich glaube, dass es einen Grund dafür gibt, dass ich vor diese Herausforderung gestellt wurde. Vielleicht, weil ich die Kraft habe, dem Stand zu halten, was passiert ist. Ich bin froh, dass ich mich damals freiwillig gemeldet habe und nach Guantanamo berufen wurde. Das war ein Teil von Gottes Plan. Auch wenn ich vieles nicht verstehe und ich mir vielleicht einen anderen Ausgang gewünscht hätte. Aber es ist so gekommen. Und ich bereue nichts. Ich war gern beim Militär. Ich hatte nie einen anderen Job und ich kannte gar nichts anderes. Ich bin in Armut aufgewachsen und habe mich dann für das Militär entschieden. Ich weiß nicht, was sonst aus mir geworden wäre. Ich war stolz, meinem Land zu dienen. Ich habe alles getan, um die Mission dort zu unterstützen und mich immer an die Anweisungen gehalten, bis auf das eine Mal. Diese Sache ist das Einzige, was sie mir vorwerfen können. Ich will kein Mitleid. Ich habe mich ja selbst in diese Situation gebracht. Aber so sieht die Realität aus. Das kann einem zustoßen, wenn man seinem Gewissen folgt. Result. Result. Musik 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 Ich glaube an das Schicksal, dass Gott uns mit bestimmten Sachen prüft. Guantanamo ist vielleicht eine Art Strafe, eine Art von Starkmachung für den Rest des Lebens. Ich würde selber sagen, dass ich die Prüfung nicht bestanden habe. Ich bin der kleine Geburt, die ich habe. Ich bin der Abenteil, ich bin der Abenteil. Ich bin der Abenteil. Ich bin der Abenteil, ich bin der Abenteil. Ich bin der Abenteil, ich bin der Abenteil. Ich bin der Abenteil, ich bin der Abenteil. Ich bin der Abenteil! Musik 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 Seit über sieben Jahren halten wir hunderte von Menschen in Guantanamo fest. Wir räumen jetzt das auf, was ganz einfach ein großes Schlamassel ist. Ich habe entschieden, das Gefängnislager innerhalb eines Jahres zu schließen. Der Präsident hat sein Versprechen nicht gehalten. Zwei Jahre später ist Guantanamo immer noch in Betrieb. Ist das Trauma, Guantanamo mit der Schließung des Internierungslagers aus der Welt zu schaffen? Und können die Menschen, die einst dort gefangen waren, wirklich ihre Freiheit wiederfinden? Ich fühle mich nicht einsam, da bin ich einsam auf jeden Fall. Welcher Mensch soll denn schon verstehen können, wenn ich von Guantanamo erzähle, wie es gewesen ist? Das kann kein Mensch nachvollziehen. Die Flagge wehte vor Camp Delta im kubanischen Guantanamo Bay, wo die Gefangenen untergebracht sind. Zu ehren all der Soldaten und Zivilisten, die für den globalen Krieg gegen den Terror ihr Leben gaben und all derer, die weiterhin für Freiheit und Demokratie in der Welt kämpfen. Daran hänge ich sehr, da ich meinem Land sehr gern gedient habe. Es ist schmerzhaft und macht mich traurig, dass es Leute gibt, die meinen Dienst für unehrenhaft halten. Wenn man meinen Namen in Google eingibt, erscheint oft der Begriff Folter, weil mein Name in vielen Büchern zu diesem Thema auftaucht. Das Folterteam, der Weg zur Folter, der Pfad zur Folter und so weiter. Die Leute halten mich für die Folterfrau schlechthin. Die Leute denken, ich muss die Folterfrau sein. Nein, leg es weg. Es geht mir zu nahe. Jedes Mal, wenn ich so einen Bericht lese oder ein Folteropfer vernehme, erinnert mich das daran, was ich selbst erlebt habe. Ich wurde meiner Meinung nach zu Unrecht wegen Geiselnahme und Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung verurteilt. Dafür habe ich sieben Jahre, elf Monate und drei Tage im Gefängnis gesessen. Damals war Folter bei der spanischen Polizei noch eine gängige Praxis. Ich dachte, man schneidet mir mit dem Messer in den Rücken. Aber in Wirklichkeit gaben sie mir Elektroschocks. Dieses Gefühl, mit einem scharfen Messer geschnitten zu werden, das werde ich einfach nie vergessen. Wer jemals unter Folter gelitten hat, wird das nie vergessen. Das ist unmöglich. Aber man kann es überwinden. Und das muss man auch. Wenn man das nicht schafft, wird man wertlos. Für die Gesellschaft, für seine Familie und für sich selbst. Vieles, was mir passiert ist, dass das von Rechtsanwälten bestimmt wurde. Davon wusste ich gar nichts. Solche Art von Rechtsanwälten sind Verbrecher, die auch zur Rechenschaft gezogen werden müssen und auch verurteilt werden müssen. Für eine Entschuldigung ist es sowieso zu spät. Eine Entschuldigung nehme ich nicht mehr an. Jetzt fahren wir mal in die Hundeschule, hm? Ich war lange in einer Art Schockzustand. Aber irgendwann muss ich Guantanamo ja hinter mir lassen. Ich bin noch zu jung, um in Rente zu gehen und will noch was mit meinem Leben anfangen. Wenn ich mein eigenes Unternehmen gründe, müsste es etwas sein, worin ich gut bin. Ey, du bist viel zu weit vorne, nach hinten mit dir. Komm schon, Samson. Du weißt genau, dass du hier nichts zu suchen hast. Butter? Er soll erklärt haben, dass er die Anschläge in den Vereinigten Staaten gut heiße. Um wen handelt es sich bei Morat Kronatz? Was ist Morat Kronatz für ein Mensch? Es war mit einmal der Taliban aus Bremen. Diesen Begriff, der ging ja nicht mehr weg. Das war der Taliban aus Bremen. Und alle machten, oh ja, das haben wir nun auch hier. Erst die Hamburger, jetzt haben wir das hier auch noch. So viele Medien haben sich hier in der Schlange gestellt, hier vor meine Haustür. Manche haben mich so manipuliert. Morat neben eine Handgranate hingestellt. Bremer Taliban und Terrorist genannt. Ich konnte niemanden sprechen. Ich wollte auch nicht meine Kinder verletzen dabei. Ich konnte meine Gefühle niemanden aussprechen. Das ging das nicht. Ich hatte immer wieder gesehen, dass Gruppen wegtransportiert wurden. Sie waren dann nie wieder zu sehen. Bevor sie mir die Augen zugebunden haben, haben sie gesagt, wir bringen dich irgendwo hin, wo wir dich erschießen werden. Es war eine seltsame Situation. Ganze Flugzeugladungen von Häftlingen aus aller Welt kamen an. Einige hatten noch Gefechtsverletzungen. Es war eine große Herausforderung. Egal, ob diese Leute Leibwächter von Osama Bin Laden waren oder was auch immer, sie hatten möglicherweise wichtige Informationen für uns. Ich war bei Hunderten, vielleicht sogar bei Tausend Verhören dabei. Es ist ein Psychospiel, bei dem man versucht, auf unterschiedlichste Art an Informationen zu kommen. Es geht darum, sich das Ego des Häftlings und seine Liebe zu seiner Familie und Heimat zum Nutzer zu machen. Es gibt zwei Dinge, die funktionieren. Die Trennung von den Freunden und Schlafentzug. Auf diese Weise ist der Gefangene immer mehr auf seinen Verhörer angewiesen und wird dann hoffentlich irgendwann so gefügig, dass er die Informationen... Alles klar? Ja, ich wünsche dir eine gute Reise. Sei vorsichtig. Danke dir für alles. Wir haben Zeit. Wir werden sie alle hinter Gitter bringen. Egal, ob in einem Jahr oder erst in 20 Jahren. Wir sind bereit, den Rest unseres Lebens dafür weiterzukämpfen. Kein Problem. Ich bleibe hier, bis Gerechtigkeit herrscht. Ich glaube, dass es einen Grund dafür gibt, dass ich vor diese Herausforderung gestellt wurde. Vielleicht, weil ich die Kraft habe, dem Stand zu halten, was passiert ist. Ich bin froh, dass ich mich damals freiwillig gemeldet habe und nach Guantanamo berufen wurde. Das war ein Teil von Gottes Plan, auch wenn ich vieles nicht verstehe und ich mir vielleicht einen anderen Ausgang gewünscht hätte. Aber es ist so gekommen. Und ich bereue nichts. Ich war gern beim Militär. Ich hatte nie einen anderen Job und ich kannte gar nichts anderes. Ich bin in Armut aufgewachsen und habe mich dann für das Militär entschieden. Ich weiß nicht, was sonst aus mir geworden wäre. Ich war stolz, meinem Land zu dienen. Ich habe alles getan, um die Mission dort zu unterstützen und mich immer an die Anweisungen gehalten, bis auf das eine Mal. Diese Sache ist das Einzige, was sie mir vorwerfen können. Ich will kein Mitleid. Ich habe mich ja selbst in diese Situation gebracht. Aber so sieht die Realität aus. Das kann einem zustoßen, wenn man seinem Gewissen folgt. Eine Situation sein musste. Da haben die Amerikaner mich über Sachen gefragt, was ich in Deutschland getan habe. Und zwar über Dinge und Telefonnummern ausgefragt, die kein anderer außerhalb hier in Deutschland gewusst hat. So war ich von überzeugt, dass die Amis mit der deutschen Polizei in Kontakt gewesen sind. Man macht sich ja in der Verdachtsfallbearbeitung dann so Schaubilder, wo man sagt, wer kennt wen und wo sind die Verknüpfungspunkte. Die Eurocheck-Karte, mit der die Flugkarten für Murat Kornatz hier in Bremen bezahlt worden waren, ist am 9.9.2001 schon mal aufgetaucht, und zwar in Hamburg. An einem Bankautomaten, unweit der Al-Quds-Moschee, in dem die Attentäter verkehrten. Die Karte war eine Besonderheit. Das war ein Umstand, der uns auch aufmerken ließ. Es war ein Unbehagen bei allen, die sich damit beschäftigten, da muss er irgendwas, muss er da dran sein. Und dann kommt man oft natürlich dazu, aha, der war da auch mal, und der war gleichzeitig da, und da hat man eine Telefonnummer gefunden. Und dann wirkt das auf den ersten Blick logisch. Das ging jahrelang so weiter, dass ich dann mal wieder verhört worden bin. So habe ich gesagt, ich mache das nicht mehr. Wenn ihr es noch mal hören möchtet, dann spult einfach die Bänder zurück, die ihr habt, und hört es euch einfach noch mal an. Da hat sich nichts geändert. Die haben mich dafür bestraft, die haben mich dafür hungern lassen, die haben mir kein Wasser gegeben, die haben alles mit mir versucht, aber ich habe kein einziges Wort mehr gesagt. Das war's, das war's, das war's, das war's, das war's. So that they can have their day in court. The government has so far refused to release the names. Wisst ihr, wie alt er da war? 25. 25 Jahre und total am Ende, oder? Nein, leg es weg. Es geht mir zu nahe. Jedes Mal, wenn ich so einen Bericht lese oder ein Folteropfer vernehme, erinnert mich das daran, was ich selbst erlebt habe. Ich wurde, meiner Meinung nach, zu Unrecht, wegen Geiselnahme und Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung verurteilt. Dafür habe ich sieben Jahre, elf Monate und drei Tage im Gefängnis gesessen. Damals war Folter bei der spanischen Polizei noch eine gängige Praxis. Ich dachte, man schneidet mir mit dem Messer in den Rücken, aber in Wirklichkeit gaben sie mir Elektroschocks. Dieses Gefühl, mit einem scharfen Messer geschnitten zu werden, das werde ich einfach nie vergessen. Wer jemals unter Folter gelitten hat, wird das nie vergessen. Das ist unmöglich. Aber man kann es überwinden. Und das muss man auch. Wenn man das nicht schafft, wird man wertlos. Für die Gesellschaft, für seine Familie und für sich selbst. Vieles, was mir passiert ist, dass das von Rechtsanwälten bestimmt wurde. Davon wusste ich gar nichts. Solche Art von Rechtsanwälten sind Verbrecher, die auch zur Rechenschaft gezogen werden müssen und auch verurteilt werden müssen. Für eine Entschuldigung ist es sowieso zu spät. Entschuldigung nehme ich nicht an. Jetzt fahren wir mal in die Hundeschule. Ich war lange in einer Art Schockzustand. Aber irgendwann muss ich Guantanamo ja hinter mir lassen. Ich bin noch zu jung, um in Rente zu gehen und will noch was mit meinem Leben anfangen. Wenn ich mein eigenes Unternehmen gründe, müsste es etwas sein, worin ich gut bin. Ey, du bist viel zu weit. Das ist unmöglich. Aber man kann es überwinden. Und das muss man auch. Wenn man das nicht schafft, wird man wertlos. Für die Gesellschaft, für seine Familie und für sich selbst. Vieles, was mir passiert ist, dass das von Rechtsanwälten bestimmt wurde. Davon wusste ich gar nichts. Solche Art von Rechtsanwälten sind Verbrecher, die auch zur Rechenschaft gezogen werden müssen und auch verurteilt werden müssen. Für eine Entschuldigung ist es sowieso zu spät. Für eine Entschuldigung nehme ich nicht mehr an. Jetzt fahren wir mal in die Hundeschule, hm? Ich war lange in einer Art Schockzustand. Aber irgendwann muss ich Guantanamo ja hinter mir lassen. Ich bin noch zu jung, um in Rente zu gehen und will noch was mit meinem Leben anfangen. Wenn ich mein eigenes Unternehmen gründe, müsste es etwas sein, worin ich gut bin. Ey, du bist viel zu weit vorne, nach hinten mit dir. Komm schon, Samson. Du weißt genau, dass du hier nichts zu suchen hast. Es gab immer mehr Hundetagesstätten und ich dachte, bei all den Militäraufgaben, die ich schon bewältigt habe, kann das ja nicht so schwer sein. Hunde fressen, machen ihr Geschäft und schlafen und ich dachte, das kann ich wohl schaffen. Jetzt kommen wir zur Fellpflege. Das würden wir auf jeden Fall empfehlen, denn wenn Sie draußen spielen, werden Sie schon etwas dreckig. Sie werden gebadet und so? Genau, wenn Sie ihn mal richtig herausputzen wollen, haben wir hier auch was für Golden Retriever. Fernsehen haben wir auch. Wir schalten Sie den Tierkanal ein, damit die Hunde sich wohlfühlen. Sie können den Löwen beim Fressen zusehen. Das wird ihm sicher gefallen. Für Hundetagesstätten gibt es eine Richtlinie von etwa 400 Seiten, in der alles steht, was man so wissen muss. Und ich dachte, das ist ja wie für mich gemacht. Eine klare Struktur, davon verstehe ich was. Ich zeige Ihnen noch die Villen, unsere Luxus-Suiten, falls Sie Ihrem Hund etwas gönnen wollen. Davon gibt es nur zehn, die sind schnell ausgebucht. Was ist mit den Hunden? Weiß nicht, ich habe das Tierheim gestern angerufen. Und? Was sagen die? Dass Sie die Hunde einschläfern würden. Hätte ich die Sache damals nicht gemacht, wäre ich nicht verurteilt worden und hätte meinen Job und meine Ersparnisse nicht verloren. Und Anna würde jetzt wahrscheinlich studieren. Die College-Gebühren, die ich für sie gespart hatte, haben die Prozesskosten gedeckt und mir danach über die Runden geholfen, soweit es ging. Das Ganze hatte einen Domino-Effekt. Irgendwann ist meine Ex-Frau mit ihrer Hypothek in Verzug geraten und von da an ging es bergab, bis sie ihr Haus verloren hat. In einem Monat hat Anna vielleicht auch kein Zuhause mehr. Das ist der Mahnbescheid, der besagt, dass die Kreditraten nicht bezahlt wurden und sie das Haus beschlagnahmen wollen. Hier steht, dass ihr der Bank als Ausgleich 14.273 Dollar und 42 Cent zahlen müsstet. Wie sieht es mit dem College aus? Ich will hin, aber ich kann es nicht bezahlen. Und ein Studiendarlehen? Andere nehmen doch auch Kredite auf und machen Schulden. Nein, das will ich nicht. Früher konnte ich ihn einfach anrufen und sagen, hey Dad, ich brauche für dies und das 50 Dollar. Das kann ich jetzt nicht mehr. Ich würde ihm lieber Geld geben, als etwas von ihm anzunehmen. Er hat mir mal auf Facebook geschrieben, dass ich der Grund für ihn bin, weiterzuleben. Er ist einfach der Beste. Vielleicht heirate ich irgendwann mal einen Mann wie meinen Vater. Die Leute haben immer wieder Schlechtes über ihn gesagt, dass er ein Terrorist sei und die Regierung ihn hängen sollte. Der Staatsanwalt hat mir verboten, sie zu tragen, besonders auf der Parade am Gedenktag. Ist er nicht demnächst wieder? Damit sollte ich zur Parade gehen. Bin ja noch im Dienst. Passt noch, oder? Was ist mit der Mütze? Natürlich schäme ich mich dafür, sie so hängen zu lassen. Die Leute haben immer wieder Schlechtes über ihn gesagt, dass er ein Terrorist sei und die Regierung ihn hängen sollte. Der Staatsanwalt hat mir verboten, sie zu tragen, besonders auf der Parade am Gedenktag. Ist er nicht demnächst wieder? Damit sollte ich zur Parade gehen. Bin ja noch im Dienst. Passt noch, oder? Was ist mit der Mütze? Natürlich schäme ich mich dafür, sie so hängen zu lassen. Das ist die Kehrseite von dem, was ich getan habe. Die Kehrseite davon, dass ich meinem Gewissen gefolgt bin. Je nachdem, wie unser Gespräch verläuft, werde ich euch bitten müssen, den Raum zu verlassen. Denn es geht um sehr persönliche Angelegenheiten, die er in Anwesenheit von Frauen vielleicht nicht besprechen will. Ich weiß es nicht. Die meisten Folteropfer wollen nicht wahrhaben, was ihnen passiert ist. Das war gut, dich zu sehen. Er sagt, er kann Frauen wegen seines Glaubens nicht die Hand geben. Das allererste ist, um dir zu erklären, warum wir das machen. Ich meine, was da passieren ist, soll nie wieder passieren. Wir möchten gerne, dass du auch vor dem Gericht gehst und eine Aussage machst. Wir arbeiten als Juristen hier auf dem Grund, dass alles, was in Guantanamo passiert hat, ist eine systematische Planung, um Leute zu foltern. Wo ich in Guantanamo angekommen bin, da war es schon komplett professionell. In Guantanamo war es professionell. Ja, da haben die Verhörer auch aufgepasst, dass sie nicht selber foltern, sondern haben foltern lassen. Hast du je diese Dokumente gesehen? Weißt du, wie dein Leben sich geändert hat durch dieses Dokument? Ähm, ehrlich gesagt, nicht. Alles, was du mir vorausgezählt hast, ist hier. Mhm. Das ist kalt auf Papier. Ich wollte irgendwie meinen Beitrag zum Krieg gegen den Terror leisten. Ich wusste, entweder melde ich mich freiwillig für Guantanamo, oder sie schicken mich nach Afghanistan. Und das wollte ich nicht. Ich wollte schließlich lebend zu meiner Familie zurückkehren. Außerdem war Guantanamo karrierefördernd. Am Krieg gegen den Terror teilzunehmen, es macht sich gut in der Personalakte. Und du bekommst Orden, Beförderungen und Gehaltserhöhungen. Am 11. September wurden viele Menschen umgebracht. Ich wollte, dass jemand dafür zur Rechenschaft gezogen wird. Wie konnten sie es wagen, uns in unserem eigenen Land anzugreifen? Wir hatten auf jeden Fall Häftlinge dabei, die was wussten und die Informationen einfach nicht rausgaben. Weil wir die gängigen Methoden alle ausprobiert hatten, brauchten wir jetzt was Neues. In Afghanistan waren viel schlimmere Methoden üblich. Zum Beispiel wurden Personen stundenlang an Handschellen aufgehängt. Wenn jemand über lange Zeit an den Armen aufgehängt wird, kann das zu Organversagen und schließlich zum Tod führen. So was kann man einfach nicht machen. Für uns in Guantanamo war das unprofessionell. Aber welche Möglichkeiten hatten wir? Wir haben uns zusammengesetzt, um Ideen zu sammeln und zu überlegen, welche Methoden es gibt. Wir brauchten neue, aggressive Techniken. Jedem war klar, dass offensichtliche Methoden wie Fingerabschneiden, Elektroschocks, Todesdrohungen und so etwas verboten sind. Aber wir fragten uns, was war also erlaubt. Wenn man zum Beispiel hingeht und sagt, wir nehmen eine ungeladene Pistole, die wir dem Häftling an den Kopf halten. Nein, das wäre illegal. Wie wäre es mit einem speziell konstruierten Stuhl, in den wir den Häftling setzen? Aber was für ein Spezialstuhl soll das genau sein? Wie sieht es mit Stresspositionen aus? Wenn Sie in einer unbequemen Haltung gebeugt sitzen müssen und nicht aufstehen dürfen, bis ich es sage? Es gibt schon ein paar Grauzonen. Ich wurde um rechtlichen Rat gebeten und habe mein Bestes getan, um herauszufinden, welche Gesetze jeweils geltend sind. Aber es war nicht gerade mein Spezialgebiet. Ich habe herumgefragt und um Hilfe gebeten, aber keine Antworten bekommen. Es war klar, dass sich damit keiner die Finger schmutzig machen wollte. Nach der ganzen Recherche mussten wir irgendwann für Fakten sorgen. Also haben wir vier Tage und Nächte lang ein Memorandum verfasst, es überarbeitet und die rechtlichen Grundlagen geprüft, bis wir dann mit dem Ergebnis zufrieden waren. Im Oktober 2002 kommt Diane Beaver in ihrem geheimen Gutachten zu dem Ergebnis, dass die verschärften Verhörmethoden weder gegen amerikanisches noch internationales Recht verstoßen. Zehn Tage später genehmigt Verteidigungsminister Rumsfeld 18 von 22 Methoden, darunter Stresspositionen, erzwungenes Entkleiden oder das Ausnutzen individueller Phobien wie Angst vor Hunden. Extreme Methoden wie Todesdrohungen oder das sogenannte Waterboarding wurden von Rumsfeld nicht genehmigt. Jetzt hatten wir das entscheidende Papier in der Hand. Eine Richtlinie, die von ganz oben aus dem Verteidigungsministerium kam. Also konnten wir mit den Verhören weitermachen. Es wurde einfach alles schlimmer. Ich wurde manchmal über 24 Stunden lang verhört. Da sagten sie, dass Selju Pilgin, ein sehr guter Freund von mir, ein Selbstmordattentäter wäre. Das Morgen, Al-Qaida-Sücide-Bombers attacken eine Synagoge in Istanbul. 56 Menschen sind tot, und über 700 sind tot. Sie sagten, dass Sie nicht wissen, dass Seljuk-Bergen war Terrorist oder involviert in eine Suicide-Bomberschreifung. When I knew Seljuk-Bergen, he was not a terrorist or somebody. He was exercise and not with me together. But I never saw that he experimented with bombs or talking about it. He did, I not think he's a not a terrorist. Meant for me. So I can't explain that. Also, ich weiß auch nicht. I'm sure there's many reasons. Es gibt bestimmt viele Gründe, aber irgendwann muss man da drüber stehen. Gott hat für jeden eine Bestimmung. Und bisher habe ich noch nicht den richtigen getroffen. Aber vielleicht kommt dieser Tag für mich ja noch. Es stört mich, aber ich kann es einfach nicht erklären. Könnt ihr euch vorstellen, wie sie hinter der Glasscheibe sitzt und dabei zuguckt, wie jemand gefoltert wird? Das mag komisch klingen, aber was haltet ihr davon, wenn wir sie zu unserem Vorteil nutzen, statt sie einfach nur anzuklagen? Als geschützte Zeugin? Wenn wir sie ausspielen können, warum nicht? Ich meine nicht, sie auszuspielen, aber sie wäre nützlicher, wenn sie unter Schutz aussagen könnte. Als Zeugin. Du willst sie in den Zeugenstand rufen? Aber da hätten wir ein Problem. Wenn wir sie als geschützte Zeugin vorladen und sie dann angeklagt wird, würden wir gegen die Prozessregeln verstoßen. Übrigens habe ich irgendwo gelesen, dass sie ein großer Spanien-Fan ist. Wir könnten sie hierher einladen. Hast du ein Gerichtsurteil gehabt? Ja, das war meine Hoffnung. Ich hatte eine Gerichtsverhandlung gehabt und das alles ging falsch. Alles ging im Verkehr. Ich habe gesagt, das habe ich nicht gemacht. Ist egal. Ist egal, ja? Es war egal. Ja, es war egal. Weißt du, das ist so wie als du in Guantanamo warst. Es war egal, was du sagtest. Nichts hilft. Verstehst du? Du sagst, ich war 16 Jahre alt, ich war noch an der Schule. Egal. Ist es immer noch so, dass die Leute glauben, du hast damit zu tun gehabt? Ja, ja. Sobald die Leute meinen Namen hören, versuchen sie halt so schnell wie möglich von mir wegzukommen. Ja. Jeder hat, wir sagen hier in Spanien, dass jeder hat ihr eigenes Buch, um das Leben zu füllen. Aber wenn du so viele Lagen und so viel Stress gewesen wärst, am Ende des Tages, wir bezahlen eine Rechnung. Es ist sehr schwer, weil es sind so viele Wurzungen. Es sind viele Dinge, die zu heilen. Und wie kannst du vergessen, diese fünf Jahre? Können sie dich leicht runter machen, indem sie deine sexuelle Orientierung infrage stellen? Was soll man da machen? Dich ein Schild umhängen, auf dem steht, ich bin hetero, ich bin nicht homosexuell? Ich war sehr einsam beim Militär, weil ich Angst davor hatte, was andere über mich sagen könnten. Ich habe viel zu lange mein Leben davon abhängig gemacht. Ich habe eben nicht viele Männer kennengelernt. Oder vielleicht war ich auch nicht zum Heiraten gemacht. Also, ich weiß auch nicht. Es gibt bestimmt viele Gründe, aber irgendwann muss man da drüber stehen. Gott hat für jeden eine Bestimmung. Und bisher habe ich noch nicht den richtigen getroffen. Aber vielleicht kommt dieser Tag für mich ja noch. Es stört mich, aber ich kann es einfach nicht erklären. Könnt ihr euch vorstellen, wie sie hinter der Glasscheibe sitzt und dabei zuguckt, wie jemand gefoltert wird? Das mag komisch klingen, aber was haltet ihr davon, wenn wir sie zu unserem Vorteil nutzen, statt sie einfach nur anzuklagen? Als geschützte Zeugin? Wenn wir sie ausspielen können, warum nicht? Ich meine nicht, sie auszuspielen, aber sie wäre nützlicher, wenn sie unter Schutz aussagen könnte. Als Zeugin. Du willst sie in den Zeugenstand rufen? Aber da hätten wir ein Problem. Wenn wir sie als geschützte Zeugin vorladen und sie dann angeklagt wird, würden wir gegen die Prozessregeln verstoßen. Übrigens habe ich irgendwo gelesen, dass sie ein großer Spanien-Fan ist. Wir könnten sie hierher einladen. Hast du ein Gerichtsurteil gehabt? Ja, das war meine Hoffnung. Ich hatte eine Gerichtsverhandlung gehabt und das alles ging falsch. Alles ging im Verkehr. Ich habe gesagt, das habe ich nicht gemacht. Ist egal. Ist egal, ja? Es war egal. Ja, es war egal. Weißt du, das ist so wie als du in Guantanamo warst. Es war egal, was du sagtest. Nichts hilft. Verstehst du? Du sagst, ich war 16 Jahre alt, ich war noch an der Schule. Egal. Ist es immer noch so, dass die Leute glauben, du hast damit zu tun gehabt? Ja, ja. Sobald Leute meinen Namen hören, versuchen sie... ...den Freunden und Schlafentzug. Auf diese Weise ist der Gefangene immer mehr auf seinen Verhörer angewiesen und wird dann hoffentlich irgendwann so gefügig, dass er die Informationen rausgibt, die man haben will. Nachdem ich angekommen bin, wusste ich nicht, wo ich bin. Es war nur ziemlich heiß. Sie machten mir irgendwann die Augen auf. Mit dem Bus brachten sie mich in einen kleinen Käfig. Wie so ein Hunderkäfig halt, nur kleiner. Da waren auch keine Toiletten, kein Garnichts drin. Sie haben die Lichter 24 Stunden lang angelassen. Die Generatoren liefen. Es war extrem laut. So, dass ich eigentlich nie richtig geschlafen habe. Es war, es war, als ob ich eher in Ohnmacht fahren würde vor Müdigkeit. In meinen ersten Verhören, da haben sie mich auch nach dem Namen Mohamed Atta gefragt. Das ist der Typ, der einen dieser Flugzeugen in die Türme gejagt hat. Da meinten sie, das ist ja dein Freund aus Hamburg. Du wohnst ja nicht weit weg von Hamburg. So, ich habe auch wahrscheinlich zusammen denselben Fitnessstudio besucht, meinte er. Wenn dem eine Antwort nicht gefiel, da haben sie mich sofort umgelegt in eine Isolationshaft. Ich habe ein ganzes Jahr insgesamt alleine verbracht. Wenn man lange für sich allein gestellt ist, dann wird einem auch klar, wie viele Sachen man im Leben viel schöner machen konnte. Und man bereut es, dass man es nicht getan hat. Man kann sich schon fast an jeden einzelnen Menschen erinnern, gegenüber dem man sich schlecht benommen hat oder ihm das Herz gebrochen hat. Als Kind wollte ich unbedingt reich werden, damit ich schnelle Autos fahren kann. Ich habe oft und gerne getrunken und war dadurch auch schnell gewalttätig. Ich habe auch Drogen zu mir genommen. Ich nehme ich vor das Kriegsgericht. Und das hätte auch Folgen für meine Frau und meine Tochter. Was hat er hier versucht, zu sagen? Er hat eine legalste Entschuldigung, dass es so schlimm wäre, dieses Material zu klassifizieren. Er könnte seine Verwaltung das Gericht war nur an der Regierungsversion der Geschehnisse interessiert. Meinem Verteidiger wurde es verweigert, irgendwelche Beweise vorzulegen. Und ich durfte nicht meine wahren Motive darlegen, warum ich das getan habe. Der Richter hat es einfach nicht erlaubt. Das Gericht verurteilte mich zu sechs Monaten Gefängnis. Als ich von der Dienstentlassung hörte, wurde mir klar, dass damit auch die Rente weg war, und zwar für immer. Also bekam ich kein Geld mehr. Nach der Verurteilung wurde ich sofort abgeführt und eingesperrt und durfte meine Familie nicht mehr sehen. Als ich im Gefängnis ankam, haben sie mir dann einen Hüftgurt, Ketten und Handschellen angelegt. Man wird von 5 Uhr morgens bis 10 Uhr abends wachgehalten. Wenn man versucht, wach zu bleiben und dabei den ganzen Tag die Wand anstarrt, wir nehmen die abblätternden Farbschichten irgendwann Formen an und fängt an zu halluzinieren. Ich musste mich vollkommen nackt ausziehen, sodass sie mich untersuchen konnten. Und damit haben sie sich gut Zeit gelassen. Das ist Teil der gezielten Demütigung. Mit Guantanamo haben die das Rad ja nicht neu erfunden. Sie haben die Praktiken angewendet, die in anderen Gefängnissen auch üblich waren. Barbara Oshansky sagte als Zeugin der Regierung gegen Matthew Diaz aus. Sie hatte seine Namensliste an das FBI weitergeben lassen. Oshansky hatte das Ganze für einen schlechten Scherz gehalten. Ich hatte mein Leben geändert. Ich bin nach Pakistan gereist, damit ich in möglichst kurzer Zeit viel über den Islam lernen kann. Pakistan hatte mich sowieso schon immer interessiert. Ich war halt auch neugierig, ein anderes Land mal zu sehen. Dann habe ich festgestellt, dass das Krieg ausgebrochen ist in Afghanistan. US-Bombing-Rates continue around the clock attack Taliban-Tanks and trenches north of the Pakistani border. Ihr habt mir endlich nichts Großes bei vorgestellt. Ich muss auch dazu sagen, dass ich damals gerade mal 19 war und die ganze Welt nicht so ganz verstanden habe. Und ich war auch kein Typ, der sich mit Politik beschäftigt hatte. Ich war kurz vor der Rückreise nach Deutschland. Ich habe viele Geschenke eingekauft. Es war kurz vor Weihnachten. Da hielt die Polizei uns an, kam auf mich zu und haben mir einige Fragen gestellt. Ich habe denen meinen Reisepass vorgelegt. Da meinten sie halt, dass ich aussteigen sollte. Das war mein letzter Moment als freier Mensch. Ab dem Moment haben sie mich als Geisel festgehalten und irgendwann an die Armys verkauft. Plötzlich waren viele Blitzlichter dort. Das waren Leute, die Fotos geschossen haben. Ich war der 53. von mehreren Tausend. Die haben mich ganz komische Sachen gefragt. Ob ich Osama bin dann gesehen hätte. Ich habe denen gesagt, natürlich habe ich ihn gesehen. Am Fernsehen. Wie jeder andere auch. Das hat sie aufgeregt. Da war mir eigentlich sofort klar, dass die nicht daran interessiert waren, wer ich bin oder ob ich wirklich unschuldig bin. Sondern sie wollten mich halt zu einem Terroristen machen. Ich sollte zustimmen, dass ich ein Mitglied der Al-Qaida und Taliban bin, dass ich mit denen zusammengekämpft hätte. Ich wusste ehrlich gesagt nicht mehr, was Al-Qaida ist damals. Ich bin kein Terrorist und somit werde ich das auch nicht unterschreiben. So haben sie mich von den Handschellen aus an der Decke hochgezogen. Sie haben eine Kette drum gemacht und mich an die Kette halt hochgezogen, sodass ich komplett, ich ging halt komplett mit dem ganzen Körper über den Boden. Da hing schon jemand vor mir. Ich bin froh, dass ich mich damals freiwillig gemeldet habe und nach Guantanamo berufen wurde. Das war ein Teil von Gottes Plan, auch wenn ich vieles nicht verstehe und ich mir vielleicht einen anderen Ausgang gewünscht hätte. Aber es ist so gekommen. Und ich bereue nichts. Ich war gern beim Militär. Ich hatte nie einen anderen Job und ich kannte gar nichts anderes. Ich bin in Armut aufgewachsen und habe mich dann für das Militär entschieden. Ich weiß nicht, was sonst aus mir geworden wäre. Ich war stolz, meinem Land zu dienen. Ich habe alles getan, um die Mission dort zu unterstützen und mich immer an die Anweisungen gehalten, bis auf das eine Mal. Diese Sache ist das Einzige, was sie mir vorwerfen können. Ich will kein Mitleid. Ich habe mich ja selbst in diese Situation gebracht. Aber so sieht die Realität aus. Das kann einem zustoßen, wenn man seinem Gewissen folgt. Result. Result. Applaus Ich glaube an das Schicksal, dass Gott uns mit bestimmten Sachen prüft. Guantanamo ist vielleicht eine Art Strafe, eine Art von Starkmachung für den Rest des Lebens. Ich würde selber sagen, dass ich die Prüfung nicht bestanden habe. Er stellt uns den Fall dem Gericht vorgelegt und die haben gesagt, ja, das ist eine strafbare Handlung. Präsident Obama was asked about the Spanish investigation and accusations surrounding torture tactics that were used at Guantanamo Bay. I have not had direct conversations with the Spanish government about these issues. My team has been in communications with them. Developments in Spain put the president in a very real bind. Gonzalo Boyer, the prosecutor on the case, has Spanish law on his side. It allows him to seek arrest warrants for US officials accused of violating international law. Those indicted could face arrest when traveling abroad. Wir gehen gegen jeden vor, der in Guantanamo involviert war. Von ganz oben bis ganz unten. Besonders gegen die amerikanischen Anwälte, denn sie haben das alles erst ermöglicht. Die Anwälte übernehmen eine Hauptrolle in dieser kriminellen Verschwörung. Also, weiter. Wir müssen Bivas Rolle untersuchen. Obwohl sie an Verhören beteiligt war, ist sie auf Distanz, hinter der Glasscheibe geblieben. Das stellt ein Problem dar. Das bereitet mir Kopfzerbrechen. Sie waren den Foltermethoden beteiligt. Aber man kann sie nicht allein verantwortlich machen. Nein, aber diese Frau ist wichtig. Das müssen wir im Auge behalten. Diane Biver war ein Werkzeug. Und wenn man sein Werkzeug nicht mehr braucht, wirft man es weg. Und das ist mit ihr passiert. Sie sollte sich stellen und uns sagen, was sie weiß. Na los, Samson. Komm her. Samson. Ist das schön, Samson? So ist es gut. Ich habe von dem Prozess der Spanier gehört. Ganz egal, was man ihnen erzählt, sie sind davon überzeugt, dass in Guantanamo gefoltert wurde. Folter hat dort nie stattgefunden, egal wie man den Begriff auslegen möchte. Meine Freunde, Verwandte und alle, die mich kennen, wissen, dass ich Folter an Häftlingen oder gesetzeswidriges Vorgehen niemals befürworten würde. Uns ging es allein darum, unser Land, unsere Bürger zu schützen. Und es ist so enttäuschend, dass unsere Arbeit von manchen als schlecht oder böse abgetan wird. Ich dachte wirklich, dass die Menschen in der Außenwelt nichts von Guantanamo wissen, dass es Gefangene dort gibt. Und ich saß mittendrin und habe mitgemacht. Ich habe die Anwälte mit daran gehindert, an die Informationen zu kommen, die sie haben wollten. Gegen Ende meines Einsatzes dachte ich, irgendwas muss passieren. Und zwar muss ich was tun. Und es muss schnell gehen. Barbara Olschansky wollte die Namen. Und ich hatte Zugang dazu. Sie durchsuchen die Taschen. Wenn sie dann so was wie eine Namensliste finden, wird man angeklagt. Ich wusste, dass sie mich damit nicht von der Insel lassen würden. Ich musste also einen Weg finden, sie rauszuschmuggeln. Dann kam ich drauf, die Liste verkleinert auszudrucken. Ich bekam sie so klein, dass ich sie in einer Karte verstecken und abschicken konnte. Ich dachte mir, selbst wenn der Umschlag ein bisschen dicker wird, würden sie im Militärpostamt denken, es sind Fotos oder sowas drin. Das war nicht so ungewöhnlich. Es war Januar. Der nächste Feiertag war Valentinstag. So kam es dann zu dieser Karte mit diesem glubschäugigen Chihuahua. Eine Weile war ich nicht sicher, ob ich es durchziehen würde. Und ich habe einige schlaflose Nächte verbracht. Ich würde meine Zukunft aufs Spiel setzen und auch die meiner Frau und meiner Tochter. Doch wir waren nur drei im Vergleich zu den über 550, die ich sonst zurücklassen würde, ohne große Chancen auf eine Gerichtsverhandlung. Ich habe die Liste genommen und sie in die Karte gesteckt, bin zur Post gefahren und habe sie in den Briefkasten geworfen. Ich hatte das Gefühl, endlich das Richtige getan zu haben und nicht mehr auf der falschen Seite zu stehen. Die Nachrichten habe ich dann erstmal nicht verfolgt, sondern einfach den Dingen ihren Lauf gelassen. Lieutenant Commander Diaz hatte kein Recht, das zu tun. Er ist ganz unten in der Hierarchie und denkt, er weiß es besser. Ich meine, er sitzt da in Guantanamo Bay und eben nicht im Weißen Haus in den internen Meetings mit Leuten aus dem... Irgendwann formen alle. Man fängt an zu halluzinieren. Ich musste mich vollkommen nackt ausziehen, sodass sie mich untersuchen konnten. Und damit haben sie sich gut Zeit gelassen. Das ist Teil der gezielten Demütigung. Mit Guantanamo haben die das Rad ja nicht neu erfunden. Sie haben die Praktiken angewendet, die in anderen Gefängnissen auch üblich waren. Barbara Olshansky sagte als Zeugin der Regierung gegen Matthew Diaz aus. Sie hatte seine Namensliste an das FBI weitergeben lassen. Sie hatte das Ganze für einen schlechten Scherz gehalten. Was er dort erlebt hat und gelitten hat, möchte ich nichts wissen. Ich frage nur, Schatz, wie geht es dir? Und ich umarme ihn und das reicht mir auch. Ja? Also darf ich eigentlich nicht mehr lesen. Ich mach w condensinnen und verstehe. Ich werde das mal in der jen 280 gerede kommen? Wir werden dort in der Z工作. Ne machen Sie oder wie man sie sich überhaupt betreiben? Ja, ich bin больше. Ich würde das jetzt gerne an. Wolltinn, das ganze Sieg. Warum ist sie in der Madrid? Das ist ein Freund. Er ist eine gute Arbeit. Eine gute Arbeit. Hier sind eine gute Arbeit. Ich bin mir selbst.